Während die Aktienmärkte auch heute wieder weitgehend unverändert sind, gibt es doch drei Themenkomplexe, die richtig rocken heute. Eine davon ist, dass plötzlich Zweifel da sind, dass die Fed wirklich morgen die Zinsen sinken wird. Und damit allerherzlichst Willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Wir haben drei Komplexe. Das erste ist die Fed, dazu gleich mehr. Dann haben wir die Thematik, dass plötzlich am Interbankenmarkt in den USA, im Finanzsystem in den USA, plötzlich Dollar-Shortage, also praktisch Dollar-Mangel herrschte. Die New Yorker Fed musste dann praktisch mit Liquiditätsoperationen diesen Mangel beheben, der absolut außergewöhnlich war, aus verschiedenen Gründen, dazu auch gleich später mehr. Und wir haben den Komplex Iran, Saudi-Arabien, mögliche Kriegsgefahr im Norden Osten, Ölpreise, dazu auch gleich mehr. Fangen wir mal mit der Fed an, weil das ja doch etwas ist, was die Märkte sehr stark bewegt vor der morgigen Fed-Entscheidung. Und hier schauen wir uns mal die Fed-Fund-Futures an, also praktisch die Future-Kontrakte, die die Wahrscheinlichkeiten einpreisen, was auf den nächsten Fed-Sitzungen passieren wird in Sachen Leitzins. Und wir sehen, oho, oho, plötzlich haben wir hier noch eine Wahrscheinlichkeit von 56,5%, dass die Fed wirklich um die Zinsen senkt, während 43,5% die Wahrscheinlichkeit aktuell beträgt, dass dem nicht so ist. Also das tendiert schon in Richtung 50-50-Entscheidung. Und erinnern wir uns an den letzten Tagen, Wochen, ja fast Monate, da war doch eigentlich völlig klar, zu 100%, dass die Fed morgen die Zinsen senken wird. Es war nur die Frage, ja, 25 Basispunkte, also 0,25%, oder eben 50 Basispunkte, also ein halbes Prozent. Und jetzt plötzlich dieser Shift, dieser Wandel, die Aktion-Märkte, die sagen, das hat mit uns nichts zu tun, was interessiert uns das? Die Frage ist natürlich, wie würden die Märkte reagieren, wenn die Fed morgen nicht die Zinsen senkt? Würden sie abverkaufen oder würden sie sagen, Mensch, die Fed, die ist doch relativ optimistisch, was die Wirtschaft betrifft, das ist ja vielleicht sogar ganz gut. Wir hätten heute deutlich besser als erwartete US-Industrieproduktion. Also das ist nach wie vor ein wirklich spannendes Thema. Ich werde morgen ein Live-Webinar um 19.55 Uhr beginnen, fünf Minuten vor der Fed-Entscheidung. Dann kommt die Fed-Entscheidung. Dann schauen wir uns das Statement an der Fed, schauen uns die Dotplots an, was erwartet die Fed selber in Sachen Zinsentwicklung, bevor es dann um 20.30 Uhr weitergeht mit Jerome Powell. Das werde ich aber nicht mehr als Live-Webinar abbilden, sondern bei Finanzmarktwelt. Dann praktisch die Aussagen von Powell live verbringen. Das Webinar also morgen von 19.55 bis 20.25 unter dem Video wieder der Link. Aber schauen wir uns ein paar andere Komplexe an neben der Fed. Und da haben wir hier das, was ich angesprochen hatte mit dem plötzlichen Mangel an Dollars. Da sind die sogenannten Repo-Rates, also praktisch die Raten, zu der sich Banken Dollar besorgen können, massiv nach oben geschossen. Das sind richtige Raketen, die wir hier sehen aus verschiedenen Gründen. Man spekuliert, teilweise ist man ratlos. Einer dürfte sein, dass viele jetzt steuerpflichtig sind, viele institutionelle Player jetzt ihre Steuern abdrücken müssen. Das hat dann mit der Emission, Neuemission von Anleihen zu tun, die viele Dollars aufgesaugt haben. Das sind nur ein paar mögliche Erklärungen. Es gibt ein paar andere, die sehr, sehr komplex sind. Jedenfalls sehen wir hier, wie Zero Hedge kommentiert, dass wir praktisch 1,3 Billionen in sogenannten Excess Reserves haben. Das sind also Reserven, die die Banken halten an Liquidität. Die Fed hat die Zinsen gesenkt und das US-Finanzsystem hatte eine Unterdeckung von 53 Milliarden US-Dollar, respektive das Interbankensystem in den USA. Die New Yorker Fed hat dann um und bei 70 Milliarden ins System gepumpt, damit die Banken wieder diese Liquidität haben. Es gibt also sozusagen Dollar-Shortage, es gibt Dollar-Bedarf. Wie gesagt, aus verschiedenen Gründen. Noch ist die ganze Geschichte nicht so wirklich aufgeklärt. Aber es ist ein hochkomplexes, ein hochspannendes Thema. Ein Nebenthema ist das, was derzeit mit WeWork passiert. Da haben wir hier zum Beispiel den Anleihepreis. Dieses Unternehmen, das als IPO jetzt an die Börse kommen sollte, eigentlich in der nächsten Woche. Das wurde abgesagt. Das ist auch vielleicht passend zu dem Thema Valuation, Bewertungen. Wir hatten ja diesen Wechsel von Momentum in Value, also in eher konservative Titel, von Wachstumstiteln in eher konservative Titel. Und WeWork ist eben ein Unternehmen, das verspricht, die Arbeitswelt zu ändern. Da werden die Leute dann in so Glaskästen gesetzt. Total eng. Das hat so ein bisschen George Orwell 1984 totalitäre Systemstruktur, was WeWork hier anbietet. Ein Geschäft, das nach meiner Erfahrung überhaupt gar nicht funktionieren kann. Man schreibt Milliardenverluste und langsam dämmert das auch den geneigten Investoren. Die Bonds stürzen ab hier. Der Bond-Price ist deutlich unter Druck. Und wir sehen, dass plötzlich Bewertungen hier der Fall sind. Wir waren fast noch bei 50 Milliarden Dollar kürzlich. Jetzt sind wir unter die Zehner-Marke gerutscht. Das ist faktisch ein totales Desaster. Die japanische Softbank, dieses Tech-Unternehmen, ist hier maßgeblich engagiert, war ein früher Käufer. Und jetzt sieht man, dass die ganze Geschichte plötzlich in die Luft fliegt. Auch das ist vielleicht ein bisschen symptomatisch. Aber wir haben auf der anderen Seite eben noch die Thematik in Sachen Iran. Was haben wir hier? Zum Beispiel jetzt die Meldung, CBS, der amerikanische Fernsehsender hat darüber berichtet, dass nach Aussagen von hochrangigen amerikanischen Offiziellen wie auch saudischen Offiziellen, wenn man sich jetzt sicher ist, dass die Geschosse, teilweise Drohnen, teilweise Cruise Missiles, insgesamt 17 Geschosse, die man hier gezählt hat, aus dem südlichen Iran abgefeuert wurden. Und man sagt, die Iraner sind die einzigen, die wirklich das technische Know-how haben, die Möglichkeit haben, die Infrastruktur haben, das überhaupt auf die Beine zu stellen. Und wir sehen hier, dass jetzt US-Verteidigungs-Außenminister Pompeo heute noch in den Iran, nicht in den Iran, das wäre lustig, nein, nach Saudi-Arabien reisen wird, um sich mit den Saudis abzustimmen, wie man vorgehen wird. Also Kriegsgefahr, alles andere als gebannt. Gleichwohl, der Ölpreis heute zwischenzeitlich deutlich abgestürzt, weil die Saudis gesagt haben, ja, wir sind bald wieder am Start richtig mit der Produktion. Kundenproduktion haben wir 70 Prozent des ausgefallenen Produktionsvolumens bald wieder hergestellt. Heute 1915 eine Pressekonferenz der Saudis. Da wird ein Kollege von mir bei Finanzmarktwelt so live wie möglich darüber berichten. Schauen Sie da mal rein, das wird sicherlich spannend. Wir sehen, dass der Ölpreis jetzt nach starkem Fall über 5 Prozent ging es nach unten, wieder steigt, eben aufgrund solcher Meldungen, die wahrscheinlich machen, dass da doch durchaus militärische was kommen wird. Schauen wir uns mal hier an, wie lange die Saudis überhaupt noch Öl exportieren könnten, wenn sie jetzt nicht mehr produzieren können, nämlich knapp über 20 Tage. Wir sehen, dass die größten Ölnationen inzwischen, da gab es einen Wechsel, da ist jetzt die USA Nummer 1 mit knapp über 16 Prozent der gesamten Weltproduktion an Öl. Dann folgt eben Saudi-Arabien mit 13 Prozent, dann Russland mit 12,1 Prozent, woher wir Deutschen überwiegend unser Öl beziehen. Dann kommt Kanada schon mit 5,5 Prozent, der Iran mit 5,0 Prozent, der darf aber jetzt nicht mehr, der Irak mit 4,9 und so weiter. So geht es weiter runter, auch Brasilien mit 2,8 Prozent übrigens dabei. Ja, das sind sozusagen die Dimensionen, um die es hier geht. Das wird sicherlich eine ganz heiße Kiste, was da noch passieren wird. Die Märkte sind so ein bisschen complacent, dass sie sagen, ah, wird schon nichts passieren, der Trump, der kann sich keinen Krieg leisten. Stimmt, aber die Saudis werden das wohl nicht auf sich sitzen lassen und die Amerikaner können dann die Saudis nicht ganz im Stich lassen, müssen die also irgendwo unterstützen, selbst wenn sie vielleicht nicht mit eigenen militärischen Aktionen hier dabei sind. Aber sie werden auf jeden Fall Logistik stellen für die Saudis, wenn die sich zu einem Gegenschlag entscheiden sollten. Was haben wir noch? Wir haben heute noch eine Bank of America-Umfrage gesehen, wo so viele wie seit der Finanzkrise nicht mehr jetzt eine Rezession erwarten, nämlich 38 der befragten Großinvestoren sind ganz, ganz große institutionelle Player, die hier befragt werden. Und wir sehen, dass der most crowded trade, also das Boot, das am vollsten ist in Sachen Trade, nach wie vor long in US-Staatsanleihen, also man spekuliert weiter auf fallende Renditen. Das erklärt wohl auch den starken Anstieg jetzt in der Vorwoche der Renditen, der sich inzwischen wieder so ein bisschen ausgemändelt hat. Heute verlieren zum Beispiel wieder Dinge, die zuletzt gestiegen sind, kräftig, wie zum Beispiel Energiewerte, die heute auf die Mütze kriegen. Also es ist so ein linke Tasche, rechte Tasche Spiel. Übrigens interessant ist das, was die großen Fondsmanager gesagt haben. Was wäre das Positivste für die Märkte überhaupt? Und an Nummer 1 steht, dass die Deutschen endlich fiskalische Stimulus machen. Das ist für die Fondsmanager noch wichtiger als fette Zinssenkungen und Investitionen in die Infrastruktur durch China. Also man sieht, dass Deutschland hier doch eine gewisse Rolle hat. Aber rein in die Charts, was wir hier sehen, das sind die Charts von Capital.com. Genau, das ist der Chart des Dow Jones, 27.055 Punkte. Tut sich nicht wahnsinnig viel. Man ist in einer Seitwärtsbewegung derzeit so ein bisschen gefangen. Wir sehen den S&P 500 hier an der 3000er Marke. Nach wie vor eigentlich nur einen Wimpernschlag entfernt von seinen Allzeithoch. Der DAX hält sich bei 12.372. Wir sehen keine Dollarstärke trotz dieses Dollar-Shortage, trotz dieses Dollar-Mangels auf und kundig am Interbankenmarkt in den USA. 1,1062 Euro-Dollar. Wir sehen, dass Gold wieder über die 1500er Marke steigen kann. Knapp 1507 aktuell. Und wir sehen, dass Crude Oil sich, wie gesagt, wieder erholen kann. Nachdem hier die Saudis gesagt hat, kein Problem, wir schaffen das. Das wird überhaupt kein Problem sein. Schauen Sie heute mal auf die Pressekonferenz. Aber da ist nach wie vor Kriegsgefahr da. Das dürfte den Ölpreis systemisch unterstützen. Solange hier nicht klar ist, was wirklich der Fall ist, ist da immer das Potenzial für schnelle, heftige Aufwärtsbewegungen, wie wir sie kürzlich gesehen haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt erstmal wunderschönen Feierabend. Da ist durchaus was im Busch. Da ist durchaus Interessantes derzeit an den Märkten der Fall. Aber alles, wartet natürlich jetzt erstmal auf die fette Entscheidung. Das ist ein Game Changer nach oben oder nach unten. Das werden wir sehen. Jetzt wünsche ich das allerbeste. Servus und ciao.